oh oh nein wir werden nie wieder nach hause kommen oh nein das ist cool lass mich hier ich will mich hier raus ich hole noch ein terraflint willst du eine leiche holen das war nicht der plan da unten ist ein normaler feuerstein damit hilft das auch schon gehen wir spielen terraflint du musst jetzt alles mit öl versorgen nein also links deine konstruktion war ja aber knapper wir können nicht durch warum du musst bohr ok meinst du treff ich müsste eigentlich genau drauf knallen das ist so ein kristall ding durch bohren nehme ich mit bohren zum schatten ich hole den toons ich habe ne idee hast du den dingens ja ok ich hole du den und ein bisschen sprengstoff das nehmen wir da ein bisschen ich glaube ein normaler feuerstein reicht noch aus so kommt er schon hoch warte ich kaufe vor ich selber noch zu den typen weil es kann sein dass der dabei verloren geht ja aber zündet auch noch ein man muss ja immer echt welche haben allein wegen solchen rettung sind komm wieder hoch wie der fahrstuhl denkt du möchtest fahren wie meinst du das der fahrstuhl denkt nein oh komischer ok weil ich im plan das was mit was hat zu tun erst das Wasser dann die Säure sonst geschieht das was passiert wo hängt der hier irgendwie mal nicht mehr wo hängt er ne hallo ok ich weiß nicht wie ich hier werfen soll und das warte ich kann das hier wegschimmern da kannst du ja oben dranhängen genau nice jetzt muss ich nur das normale ablegen drücken ja das werfen drücken f bei mir reicht das schon reicht das schon ich komme wieder ich trau mich nicht hier irgendwo so einen feuerstein rauszunehmen das ist ne leite das ist auch ne leite das ist auch ne leite mein Gott das ist so witzig mit ein paar stehen überall wenn so ach 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 wir fahr schon mal ecken aber da kann sie auch runter springen Mh, du weißt schon, dass es hier File-Damage gibt. Oh. Ja, ich schau mal was zu trinken. Jo. Ich leid's auch ins Zuschauer. Au. Und gefunden. Juhu. Ich muss kurz mein Mensch herren. Lade mich ein. Nein. Oh nein. Alle tot. Joas, ich muss los. Warte, warte, warte. Nein. Und haben wir es geschafft. Ablegen. Verkaufen. Müsse jetzt was passieren. Runde beendet. Wuuu. Ein paar Kauscher sind dabei gestorben. Pfff. Haha. We did it. In der Band. Neuland, you guys. Und wie auch sie? Join in Bitter Square. Ich habe immer noch den alten Kultus, ja. Nice. Da bin ich auch schon. Ich habe Kirschen vor mir raus, ja. Boom ist gelöst. Ach du Scheiße. Schau da oben, kommt einer. Schnell runter. Äh. Oh, shit. Ich grabe auch weit. Nein, cool. Ach, weil ich die Flagge habe, kann ich nichts nehmen. Nimm du den Pfeil. Weitwürf. Wir müssen eine Sperre einbauen, so. Oh, das ist nicht gut. Cool, ne? Doch, doch, das ist cool. Wir müssen erst nach oben und dann können wir, ich glaube, du da unten so ein Loch, das ist so einfallen. Oh nein. Hier kann ich das Wasser auch ein bisschen steuern. Ziemlich lebensfeindlich, ja. Ich werde das Gold schon mal retten. Hier, die erste Falle hat nicht funktioniert, aber die zweite Falle fürs Gold. Hat ihn, hat ihn gebastelt? Guck mal, wie dumm er ist. Ich will mich als die Einheimischen nur. Stupid Puppie, stupid Puppie, I have my money, man. Gut, Kölzer. Ist hier eigentlich die Mission, sind die auch Schäde? Ne, wir müssen irgendwelche Weide bauen, aber ich... Sag, Skri, wie kommen wir jetzt hier hin? Ich habe eine Idee, Kölzer. Wir müssen das hier fluten Nein, Skippy, nein Es ist die einzige Möglichkeit Na gut Das ist auch gar nicht so schlimm, guck mal Wir gehen hier ein bisschen runter Und gehen dann den zweiten Gang Unten weiter nach links Ich zeig dir, wie ich das meine Das schönes Öl verflutest du jetzt Ach, Skippy, wir können das Öl ja Ne, können wir nicht Feuer retten Wir müssen dann irgendwann das Wasser auch wegschimmern Skippy, hast du ein Feuer? Da liegen welche Skippy, komm da raus Skippy, ist die Grube fertig? Ich denke nicht Es kommt mal heil Oh, Skippy, ich komme Oh nein Der Montezuma kommt Skippy Spreng nicht Spreng nicht Oh, komm, komm Spreng jetzt, Skippy, oder nie? Oh, komm ich jetzt mal Skippy, warte Skippy, jetzt nicht Lass ihn jetzt nicht kommen Was soll ich machen, Skippy? Oh Gott Oh nein, Skippy, oder? Die werden ja eh noch kein Gold Können wir haben immer noch ein Problem Wo bin ich jetzt gespawnt? Oh, ich bin ja Ganz links gespawnt Ich bin ja am Anfang Was ist denn das für eine Falle, die du da gebaut hast? Das Mini-Ding Das Mini-Ding hat aber tatsächlich ihn länger abgehalten als das große Loch Ja, wenn das große Loch eine Rampe hat Ja, das war ein Missklick Ich hatte auch keine Zeit Oh Mann, komm ich hier nur vorbei Okay, jetzt noch nie Ah Tote Eierhänkes Okay, ich hoffe, das hält die Leute auf Du hast einen Quest gemacht Hä? Okay, nice Kommen wir da durch Tote Eierhänkes Ja, das ist gut Bisschen nicht Einfall Oh mein Gott Pass auf, wegen die Vögel Wegen die Vögel, weiß ich Hast du die Fahne? Ja, ja Das ist jetzt unsere Hütte Ich guck mir mal die Oberfläche ein bisschen genauer an Dann bin ich in den Totenheim mit und verkaufe ihn Der hängt fest, hab ich schon aus dem Bär Ah, ein Vogel, ein Vogel Skubi, ähm, was sind unsere Missions hier? Ich dachte, du hast aufgepasst Warte mal, Hilfe Nicht funktioniert Ich habe wohl leidet das, war nicht gut Oh, ist schon wieder jemand durch die Falle gekommen Nein, jetzt haben wir eine große Falle Oh nein Oh, die Höhe Jetzt fällt er da aber rein Dann flut ich den Mist Ich ertrink, ich ertrink Oh je Wie kriegen wir das nur raus? Der ist wieder rausgekommen Ne, ist ein dritter Oh Mann Ein kleines, aber bist du meine Ach Du musst einfach mehr Wasser nachschütten Spielregeln, Spielziele, hab's gefunden Siedlung bauen Wir müssen die Gebäude Wir müssen ein Schloss Zwei Wachtürme Und sechs Hütten bauen Ich glaub, wir bauen die hier oben Ja Ähm Mach hier schon mal eine gerade Fläche und sorg dafür, dass Wasser wegfließt Aber noch nicht Ne, warte mal Wir bauen erstmal ab, nicht dass wir auf einmal alles fluten Das ist gut Wir versuchen erstmal so eine Wirtschaft zu etablieren Wollen wir ein gutes Gold vorkommen, wo wir rankommen? Ich kenn da ein Gold vorkommen, Gold Wollen wir mal gerne die Mistkerle umbringen? Kann man, glaub ich, ne? Ähm, wir versuchen erstmal hier ein bisschen Gold abzuzweigen, würd ich sagen Zumindest müssen wir Steine füllen Zumindest 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 Aus